war da gerade eine person im auto aber cool so funktioniert das also da kommt auch schon der notarzt einfach so fallen lassen da ist ja nur eine person drin fahrzeug 19 hört ok ausrichter setzen fahrzeug 13 war wohl doch ein fehler oder wie war das ja wahrscheinlich ich habe einfach falsch geklickt und dann gut der braucht wieder ewig um ihn rauszuschneiden haben wir sonst noch was zu tun hier ist doch noch irgendwas irgendwas oder irgendjemand ist doch hier noch oder das sehe ich doch da da ist doch was naja oder auch nicht sonst ist alles fahrzeug 32 gut dass ich nochmal nachgeguckt habe so das dauert mir jetzt aber zu lange tollwut alarm schalten sie das infizierte tier aus verhindern sie eine ausbreitung der tollwut und behandeln sie alle opfer und transportieren sie ab so zwei streifenwagen ok hier bauen wir noch ein abschleppfahrzeug ich hasse diese kamera die springt immer weg der person geht's gut die können wir sofort mitnehmen umgehen durchgeführt auf dem weg fahrzeug 4 hört fahrzeug 3 hört fahrzeug 4 hört fahrzeug 3 hört fahrzeug 11 hört fahrzeug 19 hört fahrzeug 19 hört ok fahrzeug 20 hört 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 Achtung, es wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Verhaften Sie den Täter und transportieren Sie ihn ab. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. So. Zweimal Polizei, weil er bewaffnet ist. Und wo ist das jetzt passiert? Da. Also irgendwo da wird wo jemand rumliegen. Oder? Ne, oder auch nicht halt. Okay. Fahrzeug 32, höher. Dann kann er, dann muss er gar nicht dahin fahren. Fahrzeug 22, höher. Bin unterwegs. Okay, der schießt natürlich. Hallo. Schade, dass man nicht noch ein paar Mal drauf schießen kann. Okay, wir brauchen jetzt also doch einen Rettungswagen, aber hier hin. Genau, der hält noch seine Wahl drauf. Das ist gut. Okay. Kann man nicht sagen, hier Personen abschießen? Geht das nicht? Oh, schade. Okay. Na ja, er blutet schon genug. Oh, ich muss die Umfeldbeleuchtung natürlich auch wieder ausmachen. Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Okay, machen wir doch. Fahrzeug 32, höher. Fahrzeug 32, höher. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Bestätige. Fahrzeug 20, höher. So. Kann eigentlich einer von der Polizei mitkommen? So. Fahrzeug 22, höher. Fahrzeug 32, höher. Wird ausgeführt. Bestimmt, oder? Müsste gehen, oder? Fahrzeug 32, höher. Nein, das funktioniert so nicht. Aber nee, schmeißen wir ihn wieder raus. Fahrzeug 22, höher. Fahrzeug, flieh unter, höher. Wir benötigen ein Notarzt, ja, der ist ja schon unterwegs. Der Person geht es gar nicht gut. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Okay, noch ein Notfall. Im Industriegebiet. Aber sonst ist hier nichts los, oder? Nee. Den brauchen wir nicht. Fahrzeug 7, hört. Oh, da hört sich irgendwas kaputt an. Fahrzeug 31, höher. Das hört sich ziemlich kaputt an. Na ja. Fahrzeug 30, hört. Die müssen ja auch sparen. Ja, los geht's. Ne, trage wir sofort holen. Was gibt's auf dem Weg? Das mag ich eigentlich nicht direkt neben so einem explodierbaren Dingens da. Aber kann man ja nichts machen. Wird schon nicht brennen, hoffe ich mal. Okay, abtransportieren. Natürlich mit Notarzt. Wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 4, hört. Den noch nicht. Oh, Bombenalarm. Oh, Bombenalarm. Der Bombenleger ist auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Und löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich, wenn nötig, um die Opfer. Hören. Äh, Bombenalarm. Die Polizei schafft das nicht rechtzeitig. Bombenalarm. Bombenalarm. Dung. Okay. Okay. Nee, der ist weg. Ich glaub, die bleiben dann mal besser ein bisschen entfernt. Fahrzeug 20, hört. Schon unterwegs. Ich glaub, die sollten mal die Personen wegholen. Aber es war nicht. Höre. Zur Sicherheit. Los geht's. Auf dem Weg. Ah, das können die natürlich gar nicht. Aber die können die Personen wegschicken. Höre. Bin unterwegs. Höre. Personen wegschicken. Bin unterwegs. Achtung. Es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Okay, die lehnen wir jetzt zurück. Was gibt's? Fahrzeug 20, hört. Fahrzeug 20, hört. Höre. Kein Problem. Fahrzeug 17, hört. Fahrzeug 12, hört. Fahrzeug 1. Fahrzeug 13, hört. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist eigentlich sehr gut. Bombas explodiert. Ich glaub, wir haben ein paar Verletzte. Höre. Schon unterwegs. Ist in Arbeit. Kein Problem. Auf dem Weg. Fahrzeug 21, hört. Auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob wir Zeit für den Ladendieb haben. Auf dem Weg. Aber der Bombenleger ist geflüchtet, anscheinend. Sofort. Ja. Schon unterwegs. Fahrzeug 20, hört. Ja, gibt es hier so eine Art... ...Massenanfall von Verletzten oder so? Ich glaub, das gibt es nicht. Okay, dann sammeln wir einfach die Verletzten mal. Irgendwo. Ja. Wird gemacht. Ja. Ist denn Arbeit. Auf dem Weg. In Ordnung. So, abtransportieren. Haben wir wenigstens einen Täter gefallen heute. Aber natürlich nicht, der, der die Bombe da gelegt hat. Das ist nicht sehr gut. Überall Verletzte. Was ist das denn? Achso, der Bombenentschärfer. Fahrzeug 32, hört. Ja. Wird gemacht. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 6. In Ordnung. Wird umgehend durch Höhre. Auf dem Weg. Fahrzeug 33, hört. Ja. Ja. Schon unterwegs. Wird gemacht. Ja. So, wir behandeln mal ein paar. Los geht's. Höhre. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Ja. Ist denn Arbeit. Auf dem Weg. Ja. Fahrzeug 40, hört. Fahrzeug 33, hört. Ja. 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 Schon unterwegs. Ja. Höhre. Wird gemacht. Oh. Schon unterwegs. So. Wird ausgeführt. Bin unterwegs. In Ordnung. Da ist noch einer. Das ist gut. Oh. Aber skip. Ist in Arbeit. Ja. Ja. Ist in Arbeit. Höre. Bin unterwegs. Oh. wird umgehend durchgeführt